Als praktisches Zubehör gibt es auch eine Garage. Die habe ich mir gleich mit besorgt. Sie wird über der Ladestation montiert, weil Regen, Sonne, Laub und Schmutz, das muss ja nicht sein. Trotzdem ist der Mäher wetterfest, was auch die Reinigung ganz einfach macht. Nur von allen Seiten den Mäher gut abspritzen. Der Mäher hält das locker aus. Und im Gegensatz zu anderen braucht er auch keinen Regensensor, sondern arbeitet bei jeder Witterung. Für den Mäher gibt es außerdem noch jede Menge weiteres praktisches Zubehör von Gardena.